hallo und herzlich willkommen liebe leute da draußen es ist endlich soweit ich habe schon angekündigt gestern es gibt auf laola 1 jetzt ein e-sports format was sich grundsätzlich um das thema fifa und meiner person widmen wird und natürlich auch um euch was ist dieses format und wie heißt dieses format werde ich euch grundsätzlich gleich mal näher bringen zuerst möchte ich mich kurz mal vorstellen dann was euch heute in der ersten folge und ersten episode von dem fifa corner mario whisker power toller oder grundsätzlich erwartet dann ein ausblick zu diesem format dann werde ich euch schon ein richtig geiles turnier ankündigen da ich schon richtig bock drauf was ich wieder mit veranstalter und dann werde ich euch auch ein equipment tipp geben was ihr eigentlich dafür braucht um zum start wenn fifa 22 rauskommt offiziell was jeder kaufen kann auch dann wirklich gut vorbereitet seit vom equipment beginnen wir aber ganz vorne noch mal gehen wir kurz zurück zu meiner person wer mich nicht kennt ich bin der mario whisker ich bin 34 jahre jung und seit 2006 professioneller e-sportler der mit seinem hobby dann irgendwann mal seinen beruf gemacht hat und damit geld verdient zu meinen erfolgen gehört sechs mal deutscher meister fünf mal österreichischer meister zweimal dritter platz bei der europameisterschaft und einmal vierter platz der unglückliche bei der weltmeisterschaft bei welchen vereinen war ich schon grundsätzlich unter vertrag ich war der erste 2016 der bei schalke 04 ein jahr unter vertrag war und die letzten vier saisonen habe ich den esker rapid win vertreten auf internationalen und nationalen events zusätzlich habe ich noch eine eigene coaching akademie auf www.mario whisker.com erfährt sie da auch einiges mehr es wird auch dazu mal die eine oder andere folge und informationen dann geben aber wir widmen uns heute natürlich der ersten folge ja zu meiner person das haben wir grundsätzlich abgehackt zur zweiten reihenfolge ja was ist eigentlich dieses fifa format der fifa corner powered by lowla 1 ich versuche und werde mein bestes geben euch mitzunehmen auf eine reise wie kann ich professioneller fifa spieler werden und da beginnt man ganz einmal bei null so wie ihr es vielleicht da draußen seid wo ihr das erste mal vielleicht jetzt fifa kaufen werdet am ersten oktober nächsten freitag ja ich möchte euch natürlich auch sagen es wird jeden freitag bis zum ende des jahres um 20.30 eine folge und eine episode auf lowla 1 zu sehen sein von diesem format und das schon mal nur kurz als neben damit ihr das euch gerne auch notieren kannst ja also aber der grund für diesen format ist ich möchte einfach die casual gamer zu profis machen ich möchte auch leute die nicht mit dem e-sports und fifa irgendwie da drinnen sind einfach auf eine reise mitnehmen damit sie vielleicht dann auch damit anfangen oder einfach ein verständnis dafür kriegen was machen die 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 masse der welt oder überhaupt wenn man das thema e-sports und gaming eigentlich auch hört ja ein kleiner ausblick über dieses format will ich auch schon kurz mal erwähnen es wird zum start wie heute ein tipp zum equipment geben nächste woche freitag wenn dann das spiel raus gibt werde ich euch ja mal den modus erklären dann werden wir ein bisschen in die richtung gehen von aufstellungen taktiken dann werden wir so ein bisschen was sind so aktuell die ja oberpowerten karten also die die besten günstigsten karten vielleicht und dann step by step woche zu woche wenn wir dann später dann auch mal auf offensiv tipps und tricks gehen auf defensive tipps und tricks wie kann ich selbst besser werden wie kann ich mich selbst auch coachen weil der beste lehrer ist man sich selbst was ich damit meine wie gesagt dann in den anderen episoden aber ich hoffe ich habe euch kurz so ein bisschen einen ausblick jetzt näher bringen können was euch so ein bisschen erwartet aber das wichtigste ist ich nehme auch auf eine geile reise mit von a bis z und ich hoffe dass ihr dann am ende des jahres dann in zukunft wisst was ist fifa e-sports wie kann ich e-sportler werden was muss ich benötigen was muss ich können und vor allem in welchem spiel und welchem format und in welchem modus wenn wir schon format und modus grundsätzlich sprechen will ich euch das nächste turnier schon ankündigen was ich und das erste turnier ist in fifa 2020 veranstalten werde die mir schon länger folgen die wissen dass es die letzten paar jahre ein coca cola e soccer cup gab und das finale vor der pandemie und jetzt nach der pandemie sozusagen wieder stattfinden wird auf der vca der comic con wna challenge arena am 20 und 21 november bei der messe wien so wie kann man sich grundsätzlich anmelden wie kann man sich grundsätzlich qualifizieren das werde ich euch kurz näher bringen es gibt fünf qualifier vier sind online ja die werde ich natürlich auch auf meinem twitch kanal und natürlich auf laola ihre kanäle wenn wir das ganze auch streamen ja die turniere und die qualifier darauf habe ich schon richtig bock wieder in die kommentatoren rolle zu gehen vielleicht habe ich den ein oder anderen special gast lasst euch überraschen auf jeden fall das erste turnier und der erste qualifier ist am 9 10 bitte notiert sich euch das gleiche in euren kalender um die mittagszeit wird es losgehen die anmeldungen sind die nächsten paar tage dann eröffnet da wird laola 1 die vca und meine wenigkeit mario whisker auf den social media kanäle den link posten damit euch jeder jeder anmelden könnt egal ob gut oder schlecht und mitmachen kannst ja darauf habe ich schon richtig bock und wie qualifiziert man sich für das große turnier am 21 november ganz einfach erklärt es gibt pro qualifier gewisse tickets zu erspielen der erste platz kriegt ein ticket plus 300 euro in cash und dann gibt es noch andere platzierungen die in tickets gibt es mehr dazu danach das ist auf jeden fall mal in den vier qualifier so online der erste immer 300 euro cash auf die hand plus das ticket für das finale und die anderen kriegen auch nochmal ein ticket wie viele werdet ihr dann sehen wenn wir das ganze dann mit der anmeldung raushauen das fünfte turnier vom offline turnier und vom qualifier die vier sind ja online findet vor ort auf der vca statt da kann jeder vorbeikommen mit seinen kindern mit opi omi mama papa freunde familien verwandten bekannten affären alles was ihr da habt mit dem chef und mit mitarbeiter mit arbeitskollegen fußballkollegen sportkollegen ja mit allen und könnt ihr einfach dann vor ort grundsätzlich gratis mitmachen wenn ihr natürlich das eintrittsticket für die vca habt die online qualifier sind kostenlos ja zum mitmachen so das heißt es gibt mal preise für die vier qualifier jeweils 300 für den ersten und beim großen finale gibt es nochmal für den ersten 1500 euro für den zweiten 700 euro und für den dritten 300 euro das heißt insgesamt gibt es 3700 euro preisgeld das ist schon sehr viel geld und ich hoffe ihr werdet euch alle anmelden ja wenn ihr irgendwelche fragen habt grundsätzlich zu irgendwelchen themen und folgen was wir da besprechen dann könnt sie gerne uns natürlich immer kontaktieren balaola oder meiner persönlichkeit und wir werden natürlich das immer dann super beantworten und dann auch das ein oder andere thema vielleicht auch für die nächste folge damit einbeziehen weil ja ihr seid uns wichtig da draußen und wir wollen ja euch mitnehmen auf einer reise und deshalb lasst gerne alles raus wir werden alles mitnehmen ja und jetzt kommen wir zum thema equipment am ersten oktober kommt fifa 22 raus da könnt ihr es überall im handel kaufen für die leute die bisher mehr geld ausgeben möchten gibt es diese ultimative edition die gibt es ab den kommenden montag schon zur verfügung so und bevor ihr natürlich das erste mal fifa spielen werdet braucht sie natürlich auch ein equipment und gehen wir es grundsätzlich mal durch ich spreche jetzt von ein equipment für den standard casual gamer da draußen wie ihr seid natürlich gibt es dann auch ein streaming equipment und ein vielleicht e-sport equipment aber wir beginnen mal wirklich von dem ganz klassischen equipment damit ich überhaupt dabei sein kann ich habe euch gesagt wir machen von a bis z nehme ich auf euch die reise mit und wir beginnen mal braucht es natürlich mal einen tisch und einen sessel aber bitte keinen ganz normalen standard sessel sondern einen gaming stuhl warum erstens sitzt man besser zweitens ist es für die gesundheit und natürlich die zwei dinge machen schon sehr vieles aus man sollte sich wohl fühlen und auf so die standard sesseln ist das ja nicht wirklich optimal das ist wie im büro da sitzt man jetzt auch nicht auf einem klassischen klappstuhl oder solche gewissen dinge da ist man auch ein bisschen professioneller aufgestellt weil man ja mehrere minuten und stunden vielleicht daran sitzt so danach muss ich mich entscheiden auf welcher konsole ich das ganze spiel möchte es gibt da mehrere möglichkeiten xbox playstation 4 playstation 5 ich kann nicht nur sagen der e-sports bereich international der profsbereich wird auf playstation 5 sein die nationalen turniere in österreich werden noch auf playstation 4 sein aufgrund dass es natürlich die masse hat weil ja wie ihr wisst die playstation 5 ist ja sehr vergriffen aber hoffentlich kriegt man es die nächsten paar wochen und Monate dass man es dann auch wirklich haben kann so das heißt man braucht man eine passende konsole dann braucht man sowieso mal auch ein gutes internet das ist ganz ganz wichtig damit ich online spielen kann deshalb bitte ich euch nicht per wlan zu spielen oder hotspot ihr habt ein riesen nachteil bei der internetverbindung ihr habt den sogenannten delay faktor den sogenannten verzögerungsfaktor ihr drückt was und das kommt es später dann ins spiel rein und da hat es einen riesen nachteil dann ist es ganz ganz wichtig zum internet also am besten eben mit lang kabel anschließen ein monitor zu haben und keinen fernseher viele zuhause von euch haben natürlich einen klassischen großen fernseher für die ganzen streaming plattformen und fernsehkanäle und zum lowline schauen und das ganze aber für ein e-sports und fürs zocken und gaming braucht man einen monitor am besten 24 zoll monitor das ist die perfekte größe um auch am perfekten aufgestellt zu sein warum man kann ja sagen ja umso größer umso mehr sehe ich das ist richtig aber umso mehr muss ich mich auch anstrengen weil natürlich die augen und das ganze viel mehr beansprucht werden aber das ist nur ein punkt es gibt auch den punkt sowie beim internet mit dem delay und verzögerung und den im monitor bereich es gibt also diese millisekunden ich weiß dass es auch super fernseher gibt die schon im technischen bereich eine millisekunde hatten aber es ist trotzdem noch immer verzögert ich habe kurz mit meinen mitarbeitern ein fifa turnier gespielt und da hatten wir einen kleinen monitor einen großen fernseher und habe denen das live auch mal präsentiert und die haben alle gesagt wow das ist ja wirklich besser es ist natürlich einfach ungewohnt von großem auf klein aber das ist wie wenn man jetzt von playstation 4 controller auf diese fünf controller geht das ist nur gewöhnungssache ihr werdet es aber merken ihr werdet dadurch besser nur weil sie einen kleinen monitor habt und ein besseres internet und nicht mit wlan oder hotspot spielt so dann gibt es natürlich dann ganz ganz wichtig ein controller baue ich auch damit ich ein bisschen was drücken kann wichtig ist für viele leute da draußen auch ein zweiter controller weil ja es gibt den einen oder anderen der vielleicht mit dem wage mit dem aufregung man regt sich ja gerne einmal auf kennt man ja auch im fifa bereich dass schon der eine oder andere controller mal aus dem fenster zu den nachbarn im zimmer herum geflogen ist deshalb schade jetzt nie einen zweiten controller zu haben er kann ja auch kaputt werden einfach so die technik heutzutage also ist ja nicht so dass man das ewig hat sondern es kann ja nach der zeit auch ein verschleif drauf sein man hat zu viel gespielt das dick ist nicht weiter zwei controller schauen auf jeden fall nicht dann auf jeden fall ist es wichtig ein headset weil man soll natürlich auch nicht gestört werden von der umgebung und zusätzlich kann ich euch schon mal einen tipp geben es gibt leute die hören sich die kommentatoren an es gibt leute die hören gar nichts einfach haben es trotzdem ein headset damit sie einfach den rest nicht rundherum hören und es gibt dann aber auch leute die gerne musik hören während sie spielen und ich bin zum beispiel so einer ich habe in den letzten 15 jahren viel ausprobiert als profi ich habe mal angefangen den kommentator zu hören das war dann katastrophal nach einer zeit da bin ich auf spanische kommentatoren um gestiegen das war richtig geil die sind richtig emotional und man versteht nicht dass ich immer das gleiche sprechen dann habe ich ja mal länger zeit nichts gehört nur hetze drauf gehabt und in den letzten paar jahren habe ich immer so meine playlist ihr kennt das vielleicht von gladiator oder von gewissen filmen und serien seine musik die langsam immer ja immer so so spannender wird immer so und sobald ich das zum beispiel an macht weiß ich sofort ich muss in meinen konzentrations modus gehen deshalb probiert bisschen was aus was euch liegt aber ich wollte euch das schon mal mit geben dann ist es ganz wichtig viele leute vergessen auch flüssigkeit stellt sich auf einen tisch oder wo er spielt bitte viel wasser hin oder eure lieblings getränke wasser ist auf jeden fall natürlich am gesündesten trinke ich selbst auch immer sehr viele liter wenn ich spiele weil oft vergisst man aufzustehen man muss längere zeit vielleicht nicht aufs klo somit geht man dann auch nicht in die küche und holt sich sein getränk deshalb stellt euch gerne gleich einen wasser krug hin oder mehrere flaschen weil es ist ganz wichtig viel flüssigkeit zu euch zu nehmen damit ihr nicht müde wärt damit die konzentration hoch bleibt und das ganze zusätzlich gerne auch natürlich so power regeln booster banane ihr wisst das aus dem klassischen sport das ist ganz ganz wichtig einfach nebenbei was nächst zu nehmen erdnüsse oder ähm ja irgendwas mit zucker damit die wende mehrere minuten stunden einfach jetzt im hype seit am anfang von fifa 22 auch wirklich on point seit und nicht irgendwie konzentration verliert ich kann auch immer raten ich weiß es gehört jetzt nicht so perfekt zum equipment aber es hat jeden seinen raum hoffentlich ein fenster lasst frische luft bitte rein auch wenn es kalt ist es ganz ganz wichtig auch für die äh konzentration und äh meiner meinungkeit trotzdem zu einem standard equipment dazu dass man das beachten muss aber viele glaube ich von euch da draußen haben jetzt die kleinen punkte gar nicht am schirm gehabt und ich hoffe ich habe euch da mal zum start von fifa 22 was equipment betrifft euch schon ein bisschen was näher bringen können was ihr benötigt um wirklich gut aufgestellt zu sein ja wie gesagt so streaming studio equipment und e-sports mäßig ähm das werden wir uns beschäftigen in den nächsten epissen und folgen wenn es dann soweit ist jetzt beginnen wir mal zum start damit wir anfangen können es richtig professionell ja das bedeutet ähm schon gleich eine kleine ankündigung für nächster freitag ähm um 20.30 Uhr wenn die zweite folge kommt werden wir uns äh um das thema modus ultimate team beschäftigen damit ihr gleich wisst worauf es da ankommt also ich hoffe die erste folge hat euch gefallen wie gesagt bitte lasst euer feedback raus sowohl positiv und negativ negatives feedback ist auch gut kritik ist wichtig ist immer die frage wie man es aber ausspricht aber wenn man es normal ausspricht dann kann man was mitnehmen und jeder kritikpunkt den man mitnimmt und annimmt und verbessert ist natürlich langfristig dann auch eine stärkung möglich und wir sind am anfang und deshalb haut gerne alles auf die social media kanäle raus schreibt uns an und wir werden uns stets verbessern weil keiner ist perfekt in diesem sinne wünsche ich euch natürlich noch einen schönen freitagabend viele tore bei der zweiten liga und ein schönes wochenende und wir sehen uns bei der zweiten folge von fifa corner mit mario whisker powered by laola alles liebe alles gute mario whisker ciao ciao bye bye bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal